Alle Hände voll zu tun hatten im Industriemuseum Chemnitz am Montag Restaurator Tim Lücke und weitere Mitarbeiter des Hauses. Mit weißen Handschuhen über den Fingern näherten sie sich einem besonderen Exponat. Das Victoria & Albert Museum in London wird in einer Sonderausstellung zum Thema Sperrholz für ein halbes Jahr das Schnittmodell des DKW F7 Meisterklasse zeigen, das bis jetzt in der Dauerausstellung des Industriemuseums Chemnitz präsentiert wurde. Am Montag wurde das Exponat von unschätzbarem Wert für die Abreise fertig gemacht. Das Schnittmodell wurde 1937 von der Autounion hergestellt und ist eine Leihgabe des Deutschen Museums München. Zum Jahreswechsel 2017-2018 erwartet das Industriemuseum Chemnitz das Schnittmodell des DKW F7 Meisterklasse zurück. Bis dahin wird das Exponat DKW F5 Serienmodell dessen Platz einnehmen. Eine aktuelle Sonderausstellung im Industriemuseum Chemnitz steht bis 30. Juli unter dem Titel Mode und Mobile. Das Industriemuseum Chemnitz wählte für diese Ausstellung nahezu ausschließlich Objekte aus noch nie der Öffentlichkeit gezeigten Depotbeständen. Industriell Hergestellte im Atelier oder von Hobbyschneiderinnen genähte Alltags- und Freizeitkleidung, Modeplakate und Zeitschriften sowie Fahrzeuge der 1960er bis 1980er Jahre gestatten einen Blick in die DDR-Zeit. Geöffnet ist das Industriemuseum Chemnitz von Dienstag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 17 Uhr sowie Samstags, Sonntags und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr.